Wir. Du. Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir. Du. Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. Wir sind heute wieder im Kulturhaus Osterfeld, denn diese Folge wird nicht nur als Podcast erscheinen, sondern auch als Video. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen uns heute einer sehr alten Heilpflanze zuwenden, nämlich der Kurkuma-Pflanze. Der Gelbwurz, die in der ayurvedischen Medizin schon seit mehreren tausend Jahren bekannt ist. Der wichtigste Inhaltsstoff der Kurkuma-Pflanze, die wir heute auch in der modernen Medizin zunehmend nutzen, ist das Kurkumin als Hauptbestandteil. Kurkuma ist eine sehr reiche Pflanze an Inhaltsstoffen. Es sind Minerale drin, wie das Mangan, das Kupfer, Kalium, Selen, Zink ist mit drin. Phosphor, Vitaminstoffe, Sekundärpflanzenstoffe, also ein Potpourri und deswegen sagen sehr viele alte ayurvedische Ärzte, es ist eine göttliche Mischung von Inhaltsstoffen. Und so ist es lieber Benjamin, denn die Kurkuma-Pflanze ist die weit untersuchteste, weltweit untersuchteste Pflanze, die tatsächlich in vielen tausenden von Tests das hat auch hingekriegt, was man vermutet hat und auch das wieder bestätigt, dass sie entzündungshemmend ist, dass sie antibakteriell wirkt, dass sie antiviral wirkt, dass sie schmerzlindernd wirkt und darüber hinaus ab einem bestimmten Quantum von 450 Milligramm apoptotisch wirkt. Das heißt also, dass Tumorzellen zerstört werden können, aber nur wenn man das Ganze intravenös gibt. Es gibt Präparate auf dem deutschen Markt, die hier eingesetzt werden können und das ist natürlich die Forschung, wo man immer weiter dran kommt, wie man auf natürliche Art und Weise selbst schwere Tumorgeschehen in den Griff bekommen hat. Aber da ist noch einiges zu untersuchen. Was wir aber kennen, ist das Anwendungsspektrum des Kurkumins im Alltag. Kurkuma ist aber lipophil, also fettlöslich, nicht wasserlöslich. Man kann Kurkuma Pulver einnehmen, dann kommt es in den Darm und wenn der Patient eine Darmentzündung hat beispielsweise, oberflächlich, all diese Entzündungen klingen unter Kurkumin dann ab. Wenn ich aber Kurkumin in die Blutbahn bringen muss, damit sie an entfernten Gelenken wirkt, wo eine Entzündung ist oder im Bronchialbereich oder gar am Zahn, wo ich sehr gerne Kurkumin einsetze, dann muss es in einer Form bearbeitet sein, zum Beispiel mit einer Hydrophylmatrix, die sich im Wasser sozusagen auflösen kann und dann die Kurkuma-Moleküle in die Zelle transportiert, von dort in die Blutbahn und dort in alle anderen Zellen weitergegeben werden kann. Und das ist eigentlich dieses Problem. Diese hydrophile Matrix, das haben sich Pharmakologen überlegt. Wie kriegen wir das hin? Es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt auch ein Kurkumin-Präparat, das Liquid nennt, weil es flüssig ist. Also da haben sich sehr viele den Kopf dazu zerbrochen, was man da machen kann. Wie kriegt man es in die Zelle? So, und da gibt es verschiedene Präparate auf dem Markt. Aber das ist nicht unser Thema. Da können Sie sich selber schlau machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern wir wollen ja erklären, dass Kurkuma eine wunderbare Halbpflanze ist, was ich gerade bei diesen chronischen Entzündungen, den Salon Inflammation, den Stillenentzündungen ansetze, für das akute Geschehen nach dem Zahnziehen. Viele Zahnärzte empfehlen Ibuprofen als Schmerzmittel, also auch entzündungshemmend ist. Und ich sage, nehmen Sie zwei, drei Kapseln Kurkumin und wir können auf das chemische Präparat verzichten und es funktioniert. Ich kombiniere es gerade bei Schmerzzuständen im Bewegungsapparat, beim rheumatischen Geschehen, aber auch beim akuten Gichtanfall oder akuten Gelenkentzündung zusammen mit Bienengiftsalbe. Also Bienengiftsalbe und Kurkumin, eine wunderbare Komposition. Man kann da auf Voltaren, Ibuprofen und so weiter diese Präparate tatsächlich verzichten, wer möchte. Wir wollen ja aus der Naturheilkunde Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer das mitgeben, was die Naturheilkunde zu bieten vermag. Und da ist natürlich die göttliche Heilkraft, wie schon gesagt, aus der ayurvedischen Medizin, der ältesten Medizin der Erde im Norden Indiens, hier eine wunderbare Pflanze, die wir täglich einsetzen können. Ja, dann lass uns doch da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil die einfachste Anwendungsform ist ja eigentlich, die Kurkuma-Pflanze frisch zu kaufen. Kurkuma gehört zu den Ingwergewächsen. Ja, genau, zu den Ingwergewächsen. Und selbst hier bei uns in vielen Supermärkten findet man mittlerweile die Kurkuma-Pflanze als Gewürz. Am Stück. Am Stück, ja. Ob es und Gemüse abteilen darf. Ja, und zu Hause kann man sie dann ähnlich verwenden, eigentlich wie den Ingwer auch. Als Gewürz kann man die Kurkuma-Pflanze wie der Ingwer ähnlich verwenden, denn sie ist eine wärmende Pflanze, der Ingwer durchwärmt, ja. Und diese Eigenschaften hat auch Kurkuma entzündungshemmend. Und wir verwechseln aber häufig, dass wir die gesamte Kurkuma-Pflanze nehmen unter einem Gewürz, wo ja nur ein ganz ganz kleiner Bestandteil des Kurkumin ist. Das darf man nicht vergessen. Und die therapeutische Effekte kriege ich nur dann hin, wenn ich diese kleine Sequenz anhäufe durch spezielle Verfahren, um sie zu konzentrieren und dann in Kapseln zu packen. Das ist nämlich eine bittere Substanz. Ja, hier herrscht eine große Unklarheit. Das ist nämlich auch oft so wahr, dass viele dann in Naturkostläden gehen und sich eben Kurkuma kaufen als Pulver, als Gewürz. Dann mit dem Hinweis vielleicht noch vom fachkundigen Verkäufer, ja, man soll dazu bitte Pfeffer nehmen, dass die Aufnahme verbessert wird. Und das ist genau so, wie was früher im alten China gemacht wurde, in der alten ayurvedischen Medizin. Damit die bessere Durchblutung im Darm gegeben wird, muss sie ein hitzerzeugendes Mittel geben und das ist der Pfeffer. Und dadurch wird der Darm besser durchblutet und dann werden doch paar Moleküle mehr aufgenommen. Aber wie vorher gesagt, die Galenik, die Zubereitungsform hat sich gebessert und dadurch brauchen wir also diesen Pfeffer nicht mehr. Das ist der Vorteil. Und die Wirkspektren, die man ja messen kann im Labor, wie lang bleibt es im Körper, wie lang hält es an, wie intensiv ist dann die Konzentration in der Blutbahn, das ist alles heute bewiesen und das ist das Besondere. Aber die Tatsache, dass es sich um eine alte Heilpflanze handelt, die sehr lange Tradition hat, das ist das, was ich hiermit betonen möchte. Ja, ich nehme das deutlich wahr, dass die bei uns stark auf dem Vormarsch ist. Auch das neue Trendgetränk, die goldene Milch, auch eine Rezeptur aus der ayurvedischen Tradition eigentlich. Die Pflanzenmilch oder Kuhmilch meinetwegen auch beinhaltet. Und was ist da noch drin? Ja, da ist irgendwann noch drin, man kann es ein bisschen ansüßen und eben und vor allem Kurkuma ist da drin und diese gelbe intensive Farbe in dieser goldenen Milch ist dann eben dem Kurkuma geschuldet. Man muss auch aufpassen, wenn man es wirklich frisch verarbeitet und reibt es mit den bloßen Händen, diese gelbe Farbe bleibt relativ lange haften an den Fingern. Kurkuma verleiht ja dem Curry, das ist auch eine Kräutermischung, die gelbe Farbe. Und wie viele Currys es gibt, 15, 20, nein, hunderte verschiedene, dann ist ja nur eine Curry, eine Gewürzmischung und die gelbe Farbe, die kommt halt von der Gelbwurz. Korrekt. Also wer Kurkuma nutzen möchte als Heilpflanze, im Idealfall als Präparat, der sollte unbedingt darauf achten, dass es nicht um den Inhalt Kurkuma geht, sondern um das Kurkumin, dass der Anteil an Kurkumin im Präparat entsprechend hoch ist. Gerade Kurkuma verleiht ja dem Curry die gelbe Farbe. Und darüber hinaus ist es nicht nur Entzündungshemmen, sondern auch ist ein Antioxidant. Die Antioxidantien fangen ja die freie Radikale ab und die freie Radikale schäden unsere Zellwände. Und wenn sehr viele Zellwände untergehen, dann bedeutet das für den Körper, dass er wieder neue Zellwände produzieren muss. Es ist ein hoher Energieaufwand notwendig, dass das wieder im Gleichgewicht ist. Und deswegen heißt es vorbeugend antioxidativ arbeiten, sodass die freie Radikale abgefangen werden. Und da haben die alten Ayurveden das schon erkannt, dass da die Gelbwurz eine der besten Pflanzen ist, weil sie halt diese intensive Farbe beinhaltet. Und Farbe für unser Auge, chemisch betrachtet, sind konjugierte Doppelbindungen, Einfachbindung, Doppelbindung, Einfachbindung, meist in Ringformen angelegt. Und das ist das Chlorophyll, die Karotinoide, aber auch das, was die Anthozyane, das Rote in der Karotte uns für das Auge leuchtende Farben erscheinen lässt. In der Zwischenzeit sehr viele, sogar Doppelblindstudien, der Goldstandard in der wissenschaftlichen Forschung, die eine Wirksamkeit von Kurkumin bestätigen. Vor allem im Hinblick auf das Entzündungsgeschehen. Hast du da Erfahrungswerte, wie lange ein Kurkuminpräparat eingenommen werden sollte, bis es wirkt? Ja, also wir wollen unterscheiden zwischen einem akuten Geschehen, wie zum Beispiel ein Zahn, der gezogen wurde, eine Entzündung lokal, irgendwo auch in der Mundschleimhaut, an der Zunge oder im Magen, Warmbereich. Dann ist es rasch drei, vier Tage, dann merken wir eine Verbesserung, dann sollte das Ganze über eine Woche mindestens eingenommen werden. Haben wir aber ein chronisches Lein, wie zum Beispiel bei einer Colitis ulcerosa, wo sich die Entzündung im Dickdarm abspielt oder bei der Morbus-Chron-Krankheit, wo die Entzündung punktuell über den Gesamtverdauungstrakt in Erscheinung treten können, dann sind mehrere Wochen und Monate notwendig. Und ich sehe immer wieder bei meinen Patienten, die mit einer erhöhten Blutsenkung zu mir kommen, ja, die Blutsenkung zeigt an, der Normalwert sollte nach einer Stunde unter 10 mm liegen und in der zweiten Stunde unter 20 mm. Und dass die Patienten kommen mit 40 auf 80 und wenn ich frage, wie lange ist denn ihre Blutsenkung erhöht, dann sagen die auch schon seit 10, 15 oder länger. 10, 15 Jahre oder länger. Das ist das Interessante. Und dann muss ich natürlich auch längere Zeit behandeln. Das heißt also, hier sind locker ein halbes Jahr anzuraumen, um hier den optimalen therapeutischen Effekt zu nützen. Wir haben häufig aber schon nach ein, zwei Monaten eine deutliche Verbesserung und dann mache ich wieder ein, zwei, drei Tage Pause und dann wieder Neuansatz oder nach einer Woche, dass wir sagen, und dann nochmal sechs Wochen. Weil in dieser Pausenzeit kann der Körper auch wieder seine eigenen Regulationssysteme nachladen, ausgleichen, abgeben, regenerieren, sodass wir hier dann die Entzündung endlich zum Abheilen bringen. Nicht nur im Verdauungstrakt, sondern auch in allen Bereichen, wo überhaupt Entzündungen sind, Nasen-Nebenhöhlen, Stirnhöhlen im Ohrbereich, im Halsbereich, im Bronchialbereich. Ich habe immer wieder Patienten, die ab und zu rauchen oder tatsächlich Dauerraucher sind, die Jahrzehnte schon Raucher sind und die haben alle erhöhte Entzündungen. Und hier kann auch Kurkumin dazu beitragen, dass diese Entzündungen abheilen oder zumindest deutlich eingeschränkt werden. Wird Kurkumin gut vertragen, auch so bei Menschen, die einen empfindlichen Magen haben? Auf jeden Fall kann ich sagen, gegenüber dem Weihrauch, das ja ein Harz ist, was ja auch eingesetzt wird als Harz, der Weihrauch. Bei Entzündungen muss ich sagen, ist die Kurkuma-Pflanze viel besser verträglich und die Harze stoßen auf. Und das macht Kurkuma nicht hervorragend für den gesamten Verdauungstrakt, aber auch zur positiven Heilwirkung aufs gesamte Immunsystem sehr zu empfehlen. Wenn ich Kurkumin empfehle oder ein Präparat empfehle, dann bekomme ich gelegentlich die Rückmeldung, dass es doch sehr teuer sei. Ich habe dann selber auch mal geschaut und stelle eine sehr große Bandbreite fest, was so ein Kurkumin-Präparat kosten kann. Da gibt es welche, die kosten 15 Euro, dann gibt es andere, die kosten mehr als das Doppelte. Stellst du diese Unterschiede auch fest? Natürlich, ganz klar. Die Unterschiede erklären sich darin, da wir ja dieses Kurkuma pharmakologisch verändern müssen, sodass es für den Darm besser aufgenommen werden kann. Das habe ich ja gerade gesagt, wegen dieser Lipophilität. Wir sind Wasser, wir bestehen aus 80 Prozent Wasser, also hydrophil, wasserliebend, aber das Fettliebende, das wird von unserem wässlichen Organismus schlecht aufgenommen. Und deswegen haben sich die Pharmakologen Gedanken gemacht, wie können wir da eine andere Galenik betreiben, sodass es in unseren Körper rüber transportiert wird, aus der Darmschleimhaut in die Blutbahn. Und da haben die alten Chinesen halt dieses Pfeffer benutzt, aber das Verglichen mit dem, was heute drin ist an der veränderten Form, ist der Pfeffer vergessen. Also den Pfeffer können wir heute weglassen, wir nehmen diese Präparate und je intensiver und natürlich auch im Test nachgewiesenermaßen wirkungsvoller die Präparate sind, umso größer ist der Ausschlag im Kostenpunkt pro Packung, pro Größe, pro Tablette. Es gibt natürlich für 14 Tage eine Packungsgröße oder andere, die gleich für sechs Wochen reichen. Da muss man natürlich schauen, die einen wollen kapseln, die anderen wollen es lieber in flüssig. Also es gibt heutzutage alle Variationen, sodass der einzelne Wunsch des Patienten oder des Käufers dann befriedigt werden kann. Prima, Peter, vielen Dank für die schönen Erklärungen zum Curcumin. Wir danken sehr fürs Zuhören oder Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss, ade. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.